Innovation war schon immer ein großes Thema im Ruhrgebiet und ich freue mich als Geschäftsführer des Ruhrhubs, dass wir mit dem deutschen Innovationswald jetzt ein Format ins Ruhrgebiet bekommen, wo wir nicht nur die Innovationen aus unserer Region, sondern aus ganz Deutschland, vielleicht sogar aus ganz Europa, bei uns hier begrüßen, bewerten, beklatschen und befeiern können.